So, hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Legend of K-Universary. Das letzte Mal haben wir das Froschdorf betreten und dann wurde das Froschdorf angegriffen und jetzt müssen wir Froscheier finden und befreien und das machen wir jetzt mal hier. So, ich hoffe mal... Genau, und außerdem waren wir im Teufelsumpf oder Todessumpf oder so. In den Todessumpf hießen die, glaube ich. Jedenfalls haben wir da dieses neue Schwert bekommen und das ist super mächtig. Und ich merke gerade, wie gerade hier die Framerate einbricht. Ist das mein Capture? Hoffentlich nicht. Eieieiei, oh Gott. Ähm. Ich verstehe das jetzt nicht gerade so richtig. Muss ich jetzt da... In den Dingern sind doch die Eier drin oder nicht? Ich weiß noch nicht so ganz, wo ich lang muss. Okay, ich gehe jetzt mal kurz zurück, glaube ich. Weil hier geht es ja auch noch irgendwo lang. Hm. Ah, okay. Hier ist der Ausgang. Gut. Beziehungsweise Eingang. Dann ist hier das Haus, wo ich drin war offensichtlich. Und dann... Na gut, dann geht es wirklich da lang. Dann ignoriere ich erstmal diese ganzen Glasdinger da. Alter, hier stirbt die Framerate. Das ist echt... Das ist nicht mein Capture, glaube ich. Boah. Okay. Boah, Alter. So, okay. Schauen wir mal hier kurz. Hier ist Viehzeug. Oder macht mir das nichts? Ich glaube, das macht mir nichts. Ich verstehe jetzt noch nicht so ganz... Ja, es wurde mir gesagt, dass es acht Froscheier gibt und die behalten... Die tun sie in diese Glasdinger rein. Aber die sind ja hier überall. Scheiße. Boah. Okay, da sind Gorillas. Zurückgestanden, alle Mann. Ich bin von der Hilfsfeuerbrigade. Ich übernehme dieses Feuer hier. Was? Was schaffst du dir da? Hm. Weiß nicht, Chef. Ihr blöden Affen. Habt ihr wenigstens einen blassen Schimmer von der Bedeutung einer in Yen-Ching geschmiedeten Klingel? Hammerraten. Dieses kleine Stück Dreck will uns reizen. Wir werden ihn nicht enttäuschen. Oh Gott. Gleich drei Stück von denen. Das ist ja ein Spaß hier. Okay. Ah, geh weg. Gut, ich meine, unsere Klinge ist jetzt ein bisschen stärker. Das heißt, wir dürften ein bisschen mehr Schaden machen. Wo zum Teufel sind die Gorillas? Achso, die... So, der ist schon mal erledigt. Okay, mal gucken. Alter Schwede, okay. Achso, der zweite ist auch schon erledigt. Okay, hallo Krokodil. Au. So. Gut, also dieses Schwert hat sich schon auf jeden Fall mal gelohnt. Es war gut, dass wir das vorher geholt haben. Steh auf, Mann. Ach Mann, das ist doch scheiße hier mit euch. Ja, komm, geh mal weg hier. Geht doch. Ach, schon, das sind diese BH-Krokodile. Geh mal weg da. So. Was? Oh, so, der ist tot. Gut. So, okay. 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 Schade, dass die nicht runterfallen können. Das ist schon ein bisschen doof. Au. So, der ist halt auch erledigt. Au. Der ist auch erledigt und der auch. So. Ich kann das ganze Geld nicht mitnehmen. Das ist ein bisschen blöd. Ja, das ist schon alles die Spawn inzwischen. Boah, ey, diese Krokodile sind gar nicht nervig. Meine Güte. So. So, ich muss das jetzt einfach einsammeln. Okay. Ich muss die einfach einsammeln. Das ist gut zu wissen. Ah, Geld. Äh. Ach, jetzt sind die alle da drin. Da ist keins. Okay. Da auch nicht. Da nicht. Und, äh, da auch nicht. Okay. Wir haben jetzt nur noch zwei, äh, nur noch sechs vor uns. Einen Moment, bitte. Wieder falsche Alarm. Äh. Okay, äh, Geld. Geht es hier in die Richtung noch weiter? Oder sind wir hier erstmal... Nee, ne, hier ist, äh, Ende. Gelände. Scheinbar. Na gut, dann muss ich zurück. Hm. Scheiße. So. Und perfekt. Kurz warten, bis die Steuerung wieder normal wird. Gut, okay. Hier geht es ja auch noch weiter. Ach. Ey, wow, diese Holzstämme, die haben sie schön nervig gemacht. Na, na, na. Ich komm nicht ran. Scheiße. Moment. Ah, das... Ich brauch ein Schwert. Okay, Moment. Ach, verdammt. So ein Dreck. Mit dieser gehandicapten Steuerung ist es gerade echt scheiße zu spielen. So. Ja, oh, komm, ey. Das ist doch... Nein. Mann. Ja, aber vor allem stirbt halt jetzt Kay gleich. Ja, Mann. Das ist doch scheiße. Wo bin ich jetzt? Hier. Okay. Habe ich jetzt die Klinge mit wenigstens, bitte? Ja, danke. So. Warum wechselt er denn auch im Wasser jetzt auf die Klingen? Auf die Klauen? Das ist doch scheiße. Es ist gerade überhaupt nicht nervig. Nein, ey. Diese scheiß Steuerung, ey. Das ist unglaublich. Wie nervig das einfach ist. Es ist unglaublich gerade. Okay. Schwert, bitte. So. Danke. Boah. Herzcontainer. Nice. Okay. Hat sich gelohnt. Gut. Meine Güte. Ja, man braucht einfach mal einmal ein Laufen, dann geht das. Aber sonst ist es scheiße. Ja. So, und ich gehe mal davon aus, dass es hier hinten gleich weiter geht in die Richtung. Ja, ich sehe da hinten schon neue Gegner. Hä, hä. Ne, scheiße. Ich komme da nicht dran, leider. Mist. Ah. Also, das mit dem Ablocken von den Gegnern, das ist echt übelst nervig, ne? Hä? Ich freue mich schon, wenn wir den Hammer bekommen. Ich wette, mit dem kann man bestimmt die Blockangriffe von denen durchbrechen oder sowas. Das wäre zumindest das einzig Logische, was ich mir da denken könnte. Ich werde öfter tot sein. Ne, immer noch nicht. Ach. Bäh. Bäh. So, der ist tot. Und der auch. So, danke. Hauptsache, das Geld kann runterfallen, aber die nicht. So. So. So, du verlierst auch noch mal den Panzer jetzt. Bitte. Danke. Und du bist auch tot. Mindgames. So. Und. Na komm. Aua. Danke. So. Das dürfte es, glaube ich, gewesen sein. Ah, dann ist sogar ein Speicher schreien. Perfekt. Äh. Ja. 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 So. Und dann hier weiter, ne? Und speichern. Perfekt. Aber wo geht das weiter? Hier oder was? Ach, das ist... Ah, Moment. Ich kann das Netz wahrscheinlich hochklettern. Genau. Okay. Habe ich auch nichts vergessen. Ich gucke nochmal kurz nach. Ich kann nicht da noch in die andere Richtung irgendwo gehen, oder? Oh, aber ich sehe hier oben einen Song. Ähm, nee. Sieht nicht so aus. Hier geht es nirgendwo lang. Gut. Ich habe mir doch für diese Schlägerei locker mal zwei Froscheier verdient, oder? Ah, ich sehe schon, ich darf... Äh, Hilfe, ich sehe nichts. Oh, ich kann da hoch. Oh, ein Frosch. Hallo. So, okay. So, Moment. Alter Schwede, okay, das ist ganz schön weitläufig hier. Hier geht es nicht weiter. Da hinten ist ein Frosch, der rennt panisch durch die Gegend. So. Ähm. Aber ich sehe schon, was ich machen muss. Ich brauche irgendwie jetzt hier diese Songs als Kombo. Ähm. Und muss hier wahrscheinlich nach unten aktivieren und dann nach oben, damit ich hier diese Kombo-Kiste kriege. Höchstwahrscheinlich. Mache ich auch gleich. Ich muss mal kurz noch gucken, ob ich hier... Ah. Das sieht natürlich... Ich glaube, ich mache zuerst den Kram hier. Ach, komm. Jetzt hat die scheiß X-Taste nicht reagiert. Komm. So, okay. Perfekt. Und... Äh. Nein, ich habe bloß eine Sechser. Fuck. Nein, nein, nein. Mano. Nochmal von vorn. Oh, Mann, ey. Das ist doch echt nervig. Okay, perfekt. Äh. Schwere Geburt. Oh. Eine grüne Münze war da. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie viel Geld die wert ist, aber hoffentlich eine Menge. Jetzt bin ich irgendwo... Ich kann noch gar nicht mit dir sprechen, kann ich noch, oder? Schnell. Überall wütet das Feuer. Und weißt du, ich... Und ich mache mir recht Sorgen um dich auch. Er ist fertig mit den Nerven. Okay. Hm. Nur für das bisschen Geld habe ich das jetzt gemacht. Das ist ja Frechheit. Na gut. Dann, äh... Hier kann ich, glaube ich, wohl... Moment. Kann ich da rüberspringen? So, bestimmt machbar. Hübsim-Sum-Sum. Perfekt. Okay. Und da. Ich wächst mal auf das Schwert wieder. Das ist stärker als die Clown. Oh. Da komme ich, glaube ich, nicht durch. Hm. Gut. Dann. Gehen wir hier entlang. Mal kurz auf der... Ach, was auf der anderen Seite... Äh, auf der anderen Seite ist. Aber hier ist auch nichts. Aber kann ich durch die Tür rein? Oh ja, kann ich. Haus von Professor Ping. Äh. Irgendwie geht es kaputt, Jaimer. Äh. 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 Ach so, hier fällt nur... Ach, aber da hinten sind... Oh, okay. Gut. Verstanden. Hm. Oh, okay. Äh. Ich glaube, ich brauche sogar erst etwas, um die anderen Flächen zu löschen. Kann das sein? Ne. Hm. Also, so wirkt das jetzt zumindest für mich, weil, äh... Mann, Kammerreiz. Zuerst da, dann, da und dann... Okay. So. Perfekt. Wow. Das war schon mal das dritte Froschei. Geh da jetzt hoch, Kay. Mann. So, gut. Das haben wir auch schon mal erledigt. Perfekt. Jetzt haben wir hier noch, äh, einen Weg. Hallo. Warum hüpft ihr hier ständig rum? Sie greifen uns an, wenn wir schlafen. Aber jetzt kommt niemand zur Ruhe. Wir haben so viele Angst. Kröerl. Hm. Okay. Arme Froschis. So. Zack. Aber hier ist auch, äh, Schicht im Schacht. Das heißt, wir müssen auf die andere Seite. Dann war hier diese Seite bloß für... Wow, oh Gott. Dann war diese Seite hier bloß für das eine Froschei. Na gut, dann gehen wir zurück. Ups. Gut. Wow, Alter. Ähm, hier ist nämlich auch noch was. Boah. Gott. Gut. Perfekt. Und hier haben wir jetzt hoffentlich auch noch ein bisschen was. Da ist noch ein Haus. Moment, da will ich auch noch lang. Hier ist ein Haus. Und da sind... Nachtfalter offensichtlich. So, okay. Ähm, ähm. Ah, hier sind wir auf der... Nee. Ach, egal. Keine Ahnung. So, ich würde mal sagen, wir gehen, ähm, hier rein, weil es so schön beleuchtet ist. So, schauen wir mal. Oh, das sieht ja schon mal super aus. Ist hier heute ein Froschei irgendwo? Ich könnte mal hier raus... Wow, okay. Ups. Äh. War das so geplant? Keine Ahnung. Ach, du liebe Zeit. Äh. Ach so. Man darf sich hier nicht mal umschauen, oder was? Da drüben ist... Ich möchte mich mal hier umschauen, bitte. Ach so. Äh. Scheiße. Kann ich hier wieder hoch? Oh. Äh. Aua. Mann. Geh weg. Ich will diese Scheiß... Hallo. Na gut, komm. Ist mir jetzt wurscht. Äh. Hier geht's nirgendwo... Hier? Also doch. Das ist eine Leiter. Ich hab's nicht erkannt. Jetzt... Mann. Diese Scheiß-Libellen. Ey, die verhaue ich jetzt erst. Kommt jetzt her. Alter. So. Hier beschützt mich. Das geht schon. Boah. Oh Gott. Nein. Och. Moment. So. Hier kann ich stehen bleiben. Der erwischt mich dann nicht. Kann ich hier... In der... Ja, okay. Gut. Dann möchte ich... Oh, diese Kameraführung. Ich möchte doch bloß wissen, wo das Teil sich im nächsten... Oh, ich glaub, hier bin ich sicher. Ja. Bäh. Scheiße. Ich muss hier hoch. Äh. Ey, diese Scheiß-Libellen. Das ist unglaublich, wie nervig die gerade sind. Ich will doch bloß hier hoch. Danke. Au. Und jetzt bitte hier. Äh. Och Mann, ey. Es ist unglaublich. Die Kameraführung ist aber halt auch so scheiße. Das macht das Ganze hier nur so schwer. Och Mann. Das ist doch scheiße. Nochmal. Das mach ich jetzt noch in dem Paar. Das seh ich nicht ein. So. Nur schnell sein. Das ist schon okay. Gut. Da springen wir. Gut. Gut. Die Scheiß-Libellen sind halt dieses Mal nicht da. Von daher dürfte das jetzt leichter sein. Okay. Ne, da komm ich gar nicht hoch. Ups. Ne, das schaff ich gar nicht. Ah doch, okay. Gut. Ist jetzt hier auch noch mal... Oh, natürlich. Hier ist ja auch noch einer. Fuck you. Kamera, jetzt sei mal nicht so scheiße. Och Mann, ey. Das ist unglaublich. Nur die Kamera macht das hier gerade so schwul. Entschuldigt, schwul sagt man nicht bei sowas, aber trotzdem. Äh. Au. Natürlich trifft es mich noch im letzten Frame. Äh. Äh. Okay. Och Mann, ey. Wie es halt auch einfach zu hoch manchmal ist, ne? Ey, diese Kamera. Mann. So. Alter. Er hält sich halt auch manchmal echt nicht fest. Ich kann da dran springen, wie ich dann will. Ja. Hier. Ist auch so. Schaut euch das an. Och Mann. Ah. Ne. Hm. Ach Mann, ey. Das ist so scheiße gerade. Die Stelle mag ich jetzt gerade wirklich nicht. Äh. Ups. Weil halt auch jedes 3D-Objekt irgendwie in der Kamera drin stecken muss. Das ist doch scheiße. So, hier trifft es mich nicht. Im besten Falle. Hier außen hoffentlich auch nicht. Ja. Hier außen auch nicht. Gut. Und jetzt hier. Wie ist halt echt mal... Der Sprung reicht manchmal gar nicht. Was soll denn dieser Dreck? Meine Fresse. Hier außen. So. Och. Man kann sich nicht mal beeilen, weil dieses Scheißteil sofort... Oh Gott. Mann. Och. So. Öh. Jetzt scheiß Kamera. Jetzt bewege dich halt mal... Irgendwie so, dass du nicht gleich ein Arschloch wirst. So. 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 Hier hochspringen ist noch vollkommen machbar. Aber wie mache ich das denn hier? Hier reicht es im meisten Falle gar nicht. Schaut euch das an. Guck. Und dann falle ich komplett wieder runter. Es ist doch scheiße. Mann. Och. Ich rebe mich nur wieder auf, ey. Das ist nicht gut. Tut mir leid. Och Gott, ey. Ja. Toll. Danke, dass du dich in diesem Jahrzehnten nochmal dann festhältst. Du Idiot, ey. So. Kamera drehen. Nochmal warten auf das Ding. Ich sehe es natürlich nicht. Och. Gut. Jetzt darf ich hier noch blind entlang springen. Ja, es ist halt wirklich so. Ich kann... Oh, Gott, ey. Hauptsache, ein Haufen Geld jetzt hier. Das interessiert mich aber gerade gar nicht. Weil ich eigentlich nur ein Froschei haben will. Extra Leben, okay. Das war es jetzt. Für das Extra Leben bin ich hier hochgekraxelt. Oh, Mann, ey. Kamera. Ich möchte doch bloß hier mal kurz gucken. Ja, für den Müll habe ich das gerade gemacht. Na gut. Hat sich nicht mal wirklich gelohnt. Dafür, dass ich mich so aufrege. Na ja. Immerhin. Ein extra Leben. Arschgesicht. Hä? Na gut, dann gehen wir wieder raus, würde ich sagen. Es tut mir wirklich leid. Das Spiel gefällt mir ja an sich trotzdem noch sehr, sehr gut. Und es macht auch Spaß. Aber diese Stelle hier ist wirklich nicht gerade fair gewesen. Weil die Kamera halt auch da einfach der Feind ist. Und so. Na gut. Ich würde mal sagen, Leute. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Wenn wir dann hoffentlich noch mehr Froscheier retten können. Weil hier war ja scheinbar ein Blindgänger. Ziemlich gemein. Aber gut. Bis dahin. Stay heavy und ciao, ciao.